Nehmt, 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 nehmt! Du hast es so ein Wunderschönes, Ein ganzes Wunderschönes, Welche komische Vorstellung. Ungefähr, das Beste geht. Hör, das Beste geht. Hör, was ist das? Wir haben ihn. Dieser Mann ist ein kaltflüchtiger Bauter. Wir müssen alle zu seiner Ergreifung beitragen. Wie zuvor wurde unsere Stadt so verflucht wie durch seine Taten. Er ist wie ein Krebs. 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 Er hat die stürzte Entbindung von seiner Pflicht zutiefst in seiner Berufsehre gegräbt. Er ist wie ein Krebs. Er ist wie ein Krebs. Und hofft, ihre Gnaden bleiben von nun an von solcherlei Dingen verschont. Ich kann nicht glauben, dass ihr das für mich tut. Es gibt eine Bedingung. Ich wusste es. Behaltet die Politik der Stadt im Auge. Ich möchte, dass ihr Maria in der Rosa in Fiore von allen erzählt, die den Borgia helfen. Und dann? Lasst ihr sie verschwinden? Dieses Petzel die Mörder mag nicht hassen, aber er ist Familie. Wir gehen. Wir gehen. Ich folge euch zum Bankier. Wir gehen. 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 Ich habe das Geld. Oh. Das ist was anderes. Der Bankier wird erfreut sein. Seid ihr allein? Habt ihr sonst jemanden gesehen? Kommt mit. Klugscheißer. Habt ihr irgendwas von meinem Bruder Francesco gehört? Cesare kümmert sich um ihn. Ich hoffe, er ist wohl auf. Und? Was werdet ihr mit meinem Geld machen? Der Bankier behandelt seine Freunde gut. Wie großzügig er ist. Was sagt ihr dir? Nichts. So. Sie sind Hope, Sie sind Jaime. Sie sind moderiert. Ach egal, ich will es gar nicht essen. Geh ihm! Die Messe für die Opfer des Kirchenbrandes von Sancherino findet morgen. Die Messe für die Opfer des Kirchenbrandes von Sancherino findet morgen. Die Messe für die Opfer des Kirchenbrandes von Sancherino ist im Auftrag des Kirchenbrandes von Sancherino. Die Messe für die Opfer des Kirchenbrandes von Sancherino ist im Auftrag des Kirchenbrandes von Sancherino. Sancherino, 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 Sancherino Ägidio hat bezahlt. Gut, gut. Der Bankier plant einen besonderen Abend. Ich werde ihm das Geld überbringen. Gebt es her. Festhalten, bis ich zurückkomme. Nur nicht das Geld aus den Augen verlieren. Warum kann ich nicht gehen? Ich habe bezahlt. Er zählt das Geld. Ist es gezählt, bleibt hier. Warum dauert das so lange? Wenn ich das Geld aus den Augen verlieren, ist das Geld? Wie kann ich das Geld auswählen? Ich weiß nicht, das Geld auswählen kann. Ich bin und ich glaube, dass ich nicht ver拿ke, ob ich das Geld auswählen möchte. Gut? Ja. Ja. Ich weiß nicht. Oh, Mann! Und jetzt den Senat-Rackat machen. Alles in Ordnung da drin? Wir müssen gehen, Luigi. Wir sind spät dran. Ist die Zählung beendet? Va bene. Tätet ihn. Nein. Glück gehabt. Luigi sagt, er bleibt am Leben. Geht voraus, Capo. Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Jetzt machen wir Zeit gut. Jetzt sind wir auf der... Ist das nicht die falsche Richtung? Wir sind auf Kurs. Jetzt machen wir Zeit gut. Signore, geht es euch gut? Bald mischen wir uns unter die Feiernden. Wir sind auf Kurs. Jetzt machen wir Zeit gut. Äh, wo gehen wir hin? Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Der Weg, den ihr einschlägt, ist sehr interessant. Ich ginge woanders... Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Glaubst du, er hat vergessen, wo es lang geht? Einspatz. Signore, geht es euch gut? Ich hoffe, die lassen uns mit rein. Mit, Signore. Gut. Wir sind auf Kurs. Gleich sind wir da. Wir sind auf Kurs. Das ist wohl keine gelungene Vorstellung. Jetzt machen wir Zeit gut. Der Weg, den ihr einschlägt, ist sehr... Wir sind auf Kurs. Warum habt ihr nicht das? Äh, wo gehen wir hin? Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Wie fühlt es sich an, wenn man... Ist das nicht die falsche Richtung? Ist das nicht die falsche Richtung? Bald sind wir... Äh, jetzt machen wir Zeit gut. Wir sind auf Kurs. Ich hoffe, die lassen uns mit. Ich möchte eure Autorität nicht untergraben, aber... Wir sollten jetzt gehen. Wir sind auf Kurs. Jetzt sind wir auf dem rechten Weg. Eine kluge Wahl. Gleich sind wir da. Wir sind auf Kurs. Äh, wo gehen wir hin? Ich hoffe, die lassen uns. Bald mischen wir uns unter die Feiernden. Gleich sind wir da. Gebt mir die Kiste, Luigi. Ich bringe sie zum Bankier. Tretet ein. Wir dürfen nicht rein? Ihr schiebt Wache auf Befehl Cesares. Porca putana. Cesare? Er ist hier. Luigi wurde ermordet. Wir fanden seine Leiche am Pantheon. Luigi? Der ging gerade rein. Ich bin bin. Ja, ich bin. Juni. Okay. Jetzt geht's.